Ich bin auf den hundertfachen Ballern und One-Shotten alle. Ah, ach so, da war ja was. Egal, Dani, fang an. Wir haben alle drei genommen halt, ey. Die Anmut ist wieder mal richtig krank. Ey, mein Hürden ist gerade gestorben, ey. Dani, fang an, drück direkt. Also, was ist das, Leute? Und, ja. Ey, warum? 3-2? Ja, jetzt. Ey, scheiße. Also, was geht, Leute? Willkommen zu Fyther C. Heute befolgen wir einen Kommentar. Zwei Kommentare. Und zwar, dass ich anfange und mehr mache. Und es wurde gesagt, dass Mus-Taktik C-17 MVP spielen soll. Bin ich Gogeta und ich Goku Black. Das wird natürlich eingehalten. Das wird natürlich eingehalten. Das wird natürlich eingehalten. Ey, mein, Dani, deine Mutter. Ey, ich. Das wird natürlich eingehalten. Ey, Dani, du bist der Beste, Alter. Oh, fuck, Alter. Ja, der Junge kann Anmodi, Alter. Alter, selb. Bei mir mein Hirn steht bei Anmodi. Warum? Ja, Anmodi ist super. Keine Ahnung, Alter. Ich habe eigentlich immer meinen Standard, du weißt doch. Bei meinen anderen Videos. Ja. Aber so halt, es fängt irgendwie so auch, Dinger, spontan. Es kommt von alleine. Ah, der hat sich eingesetzt. Oh, hoher, Freezer, chill mal. Fuck, einfach. Genau so, Dani, ich bin bei Stufe 2 jetzt. Ja, aber du bist bei Stufe... Du bist bei Stufe 2, aber Dinger. Ähm, ich habe ausgesinnt, es gibt, glaube ich. Ich muss bis Stufe 7 komplett durch. Aber gilt das nur für eine Runde? Ja, das ist das Problem. Aha. Wir müssen darauf achten, dass wir immer direkt einsetzen werden. Da musst du als Letzter. Oder so, ja, genau. Da muss ich, Dani, du bist als Erster, ich als Zweiter, bin ja als Letzter. Okay. Also heute bleibe ich der Letzte, Leute. Einmal bin ich der Letzte. Letztes Video habe ich sowieso die ganze Zeit alles auseinandergenommen. Und deswegen reiche ich jetzt mal, wenn ich geht und ich spiele. Jetzt schon Bock wieder, so das, wie Nimo mit Roshi spielt. Na, kein Mal. Ey, was war das? Ich habe das Video mir heute angeschaut, ey. Hey, ich will. Eigentlich ist es so, wo man Aggression bekommt, aber so wie der gekämpft hat. Ey, dieses Mikau war er am Fliegen, Leute. Dumm, Alter, ich komme drauf nicht klar. Wie hast du das nochmal gesagt? Also ich sage, wir machen ernst und so. Und dann waren wir mit Roshi, ey, Dinger. Und dann sagten wir, wir spielen mit Roshi, der Dinger, ich weiß nicht. Oh, egal, ich habe mir das. Jawohl. Dani. Ich will so nur einen Böken eigentlich, aber das ist gut. Oh, Mann. Wird eigentlich das hier machen. Oh. Wie hat er jetzt noch die Schock zu blocken, während der nach vorne geht? Unnötig. Ich mache Spark, Spark, Spark. Ich spalle es fast. Spark! Ey, ich spalle es. Ey, ich spalle es. Das ist ja gut. Okay. Jedes Leben ist richtig. Bisschen hochgeig hat er geglaubt. Oh, ey, jetzt habe ich das Ding geskippt. Wir werden das Ende von Goku bleibt niemals sehen. Läuft mir. Wenn ihr sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Geil. Ja, ich gammel dann wieder als Dritter. Also, ey. Na, lass mich jetzt anfangen. Bei drei Gegner ist das echt gut. Ja, bei drei Gegner ist das gut. Wenn die Stage 7 kommen, ich sage euch ehrlich, ich werde so einen von denen One-Shotten. So was von. Wenn wir da hinkommen. Ja, das ist auch die Sache. Nein, wir werden heute gewinnen, Jungs. Strengt euch an. Strengt euch auch an. Ich bin ja sowieso der Dritte. Jetzt sehen wir, ob der eine in Kommentare recht hatte mit C17. Ja, stimmt. Wenn er recht hat. Wenn er recht hat. Vorbei. Vorbei. Ja, wenn er recht hat, vorbei. Dann gratuliere ich den auf jeden Fall. Und er darf auf jeden Fall. Was ich ja aussuchen auch. Was war das für eine Hand gerade, Alter. Einfach kurz gebrochen. Oha, was für moves, Alter. Weswegen, Alter. Oha, 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 oha. Oha, 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 oha. Oha, oha, oha. 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 Einfach neuer zweifacher Gorn. Ey, was? Oha, oha, oha. Was? Wir hätten echt nichts sagen sollen. Wir hätten echt nichts sagen sollen. Bargabe. Ich hab gut Leben wieder gebootet, Modo. Aber Freier. Boah. Boah. Das hat dir noch nichts gebracht. Gott sei Dank. Alter, ey. Ich muss das weiter viel sagen, ey. Ich schwöre, die Videos, die kommen echt sehr gut bei euch an, Leute. Das ist geil. Gefällt mir. Auf jeden Fall. Wir haben auch übel Spaß zu werden, wie wir das machen. Und wenn dann etwas gut ankommt, wo man übel Spaß hat, man kriegt noch mehr Bock so einfach weiter zu machen. Weißt du, wie ich mein? Ich hab die ganze Zeit Bock, Fight the Sea zu machen. Weißt du, was... Fight the Sea zu spielen. Fight the Sea zu spielen. Fight the Sea zu spielen. Perfekt dann? Oder ich von der Fall. Oh, nee. Warte, bin ich geweckt? Nein, geh weg. Dani, du bist der Goat. Komm. Du bist der Goat. Oder der Goat? Wie kamst du bei Roshi auf diesen Titel? Was? Was ist die Wahrheit? War die Roshi der Goat? Oder doch der... Goat. Ey, Mann, Alter. Wenn du das Video dir anguckst, bevor du das hochlädst, dann denkst du schon, okay, du weißt, was für Titel du machst. Irgendein Problem ist dabei. Und dann noch 100% Aggression. Oh, mein Gott, aber wie. Ich hab an dem Tag so keinen Fighters viel Laune mehr gehabt. Ja, Mann. Einen Grund, warum Laune down gehen kann. Ey, Mann. Das ist Dani, sein Fehler. Der setzt dich zwar am Anfang an, aber der vergisst sein... Der lässt seine Dinger... Seinen Kampf nach. Ach, ob ich angreife. Wie? Der Kampf einfach Bomben währenddessen. Fuck, Dani. Erst ne? Wo für du bist, ne? Rekt hast du den Uhh... Jawohl, genau so, Dani. Ich kann noch nicht. Ich kann noch nicht... Hol mich da nach rein. Dani hol mich da nach rein. Okay, okay. Dani, nimm mich. Abi nimm mich. Wieso holts du mich rein, Dani, Alter? Hey, der, ich will genau dann, wenn er mich rein holt, mach deinen Move moroc. Du bist du... Was ist mit Canemba Heiko los, Alter? Ich hab keine Ahnung, Alter. Was ist los, Alter? Er hat irgendwas geraucht oder so. Das will ich auch, was er geraucht hat. Oh, hell, ey. Der macht auf einmal seine Dinger normalen Attacken und dann noch Ulti. Also erst Billy, dann Danny, dann ich. Oder? Nein, erst Danny, dann ich und dann Billy. Also ihr wollt, dass ich Level 7 Dinger One-Shot und Ulti auf jeden Fall hinbekommen bei den drei. Auf jeden Fall bei Canemba, bitte. Jawohl, okay, dann musst du dafür sorgen, dass ich das auf Stufe 7 bekomme. Das heißt, die Verantwortung liegt bei euch. Also Leute, ich hab ne Frage. Ich würd gern beim nächsten Mal versuchen, MOI zu spielen. Was meinst ihr? Soll ich das machen oder soll ich bei Gogeta lieber bleiben? Weil abwechseln wär ja auch gut so. Du kannst ja versuchen, warum nicht? Ich hab schon gedacht, das für dieses Video zu machen, aber wir wollen uns ja in die Kommentare halten. Aber beim nächsten Mal, glaub ich, werd ich MOI spielen. Mach das. Okay, Daddy. Na, kann ich dazu nichts sagen. Okay, Daddy. Das ging mir auch an die Kommentare. Hol, hol, Billy rein. Nein! Nein! Hol, das ist gleich rein, wenn du kommst. Scheiße! Billy, hol rein! Hol rein! Scheiß drauf! Billy, hol rein! Scheiß drauf! Billy, hol rein! Scheiß drauf! Billy, hol rein! Scheiß drauf! Oha! Oh mein Gott! Hey, wie geht das Modus? Der greift den gerade an, der schlägt den nach oben, ey! Ich hab grad den verwechselt. Ich hab grad den verwechselt. Aber vergiss mich nicht. Ich hab grad den verwechselt. Hehh! Ich hab grad den verwechselt. Ey, dieser Freezer... Ich has diesen typen Modus! Ich hab grad den Fall. Ich hab grad den Fall. zu sitzen aber sieht nie sagt er macht bin ich was vier was mein gott hat er nicht getroffen was geht bei janemba holt ab das hat aber viel abgezogen vielleicht wird das aufladen auch dinge ich würde gerne die hundertfache benutzen nur das ding ist wie es aussieht verkacken wieder ja mann wir verkacken schon guck mal wir verkacken mein level 5 verpacken übel brutal wir brauchen jetzt eine strategie weil das ist jetzt ein janemba wir können die chance gut nutzen ja gut dann lass mich anfangen aber ich meine wegen der fertigkeiten ja ich habe gesundheitsreaktion ich bin perlabsorption super attack wollen wir angriff oder super attack lieber das ist egal jungs drückt bereit und dann kommt level sie mehr und wir haben kein leben mal da bei wie immer bei level 5 richtig abkacken alter ich schwöre aber level 5 ist hart ey ja level 5 ist echt hart einzige hoffnung ist wenn ich über schnell hundertfache urknallkammer nehmen bekomme ja aber so schnell geht es nicht wenn ich drin bin kann ich das selber machen aber das ding ist da steht da rum das ist mit ich habe die linke entkommt guck mal guck mal ey bitte alter ey ich schwöre es dir alter kein pokal oha oha ich bin lex 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 was du du aber du du wirst du wir wirst du wirst du das geht einfach bis hin durch willkommen im bullshitland morg du guck mal, so ein Bullshit alde meine ulti geht durch und dann sowas egal Leute schreibt es in die Kommentare, liked, abonniert, keine Ahnung, harde